Dass ich Hubschrauberpilotin werden möchte, weiß ich, seit ich fünf Jahre alt bin. Meine Familie hat nie daran gezweifelt, dass ein kleines Mädchen Hubschrauberpilotin werden kann. Andere Leute waren skeptisch, aber ich habe sie alle überzeugt. Als Frau in dieser Männerdomäne ist es schon ein Stückchen schwieriger. Da muss man sich schon seinen Platz erstmal erkämpfen, weil man eben nicht diesem typischen Bild eines Piloten entspricht. Man ist immer mehr im Fokus. Man wird immer mehr beurteilt als die männlichen Kollegen. Und ich sehe auch wirklich keinen Grund, warum eine Frau keinen Hubschrauber fliegen sollte. Was das Besondere am Hubschrauberfliegen ist, ist, dass man sofort schwebt. Und dieses Schweben auf der Stelle, das hat diese Faszination für mich ausgemacht. Und man bildet dieses Dreamteam mit dem Hubschrauber. Man muss so sehr bei der Maschine sein und man ist in den Controls und bekommt auch das Feedback von der Maschine. Das ist so eine Connection. Man muss es auch fühlen und man muss eins werden mit der Maschine. Mein Name ist Jenny Gottschling. Ich bin Hubschrauberpilotin. Das ist so eine Connection.